Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nun bist du bereit, die Erde vor den Aliens zu beschützen. Du musst drei knifflige Aufgaben zum Thema Verbindung der Vergrundrechnungsarten mit Brüchen lösen, um die Codes der Aliens zu entschlüsseln und somit ihre Angriffswerkzeuge und ihr Raumschiff lahmzulegen. Alles klar? Dann lass uns keine Zeit verlieren. Legen wir los. Du siehst nun die erste Aufgabe der Aliens. Stoppe das Video und liste die Angabe durch. Löse nun die Aufgaben 1a und 1b. Hast du sie gelöst, spiel das Video weiter ab und kontrolliere dein Ergebnis. Hier noch ein Tipp für die Aufgabe 1b. Schau dir die einzelnen Rechenschritte an und überlege dir, an welcher Stelle du eine Klammer setzen musst, sodass ein anderes Ergebnis entsteht. Rufe dir dafür, wie er die Klappustrie-Regel in Erinnerung. Stoppe das Video und überlege und rechne selbstständig. Super, du hast die erste Aufgabe der Aliens gelöst. Markiere dir die Lösung der Aufgabe 1a. Du brauchst sie anschließend, um den Code zu entschlüsseln. Nun hast du dich in ihr System gehackt. Als nächstes suchst du nach den Angriffswerkzeugen und möchtest diese deaktivieren. Doch die Aliens haben auch diese wieder mit einem Code gesichert. Unbemerkt versuchst du die Aufgabe zu lösen. Die Aliens haben in die nächste Aufgabe absichtlich Fehler eingebaut. Finde die Fehler und stelle die Rechnung richtig. Stoppe das Video und überlege und rechne selbstständig. Du bist einfach großartig. Markiere auch dieses Ergebnis. Du wirst es später noch brauchen. Die Aliens hätten niemals gedacht, dass diese Aufgabe jemand lösen kann. Du hast die Aliens ganz schön in Angst versetzt. Schließlich hast du dich bereits in ihr System gehackt, ihre Angriffswerkzeuge deaktiviert und zu guter Letzt musst du sie nur noch wieder zurück ins All schicken. Dafür musst du die Route auf ihrem Navigationssystem ändern. Die Aliens meinen, das sei unmöglich. Denn wer sollte schon die mit Abstand schwierigste aller schwierigen Rechnungen lösen können? Sie sind sich schon über ihre Ankunft auf der Erde sicher. Kannst du dies noch verhindern? Nun wollen die Aliens Essen kochen. Lies dir die Angabe selbstständig durch. Hier noch ein Tipp. Denke wieder an die einzelnen Schritte. Wichtiges markieren, Rechnung aufstellen, Rechnung ausrechnen. Stoppe das Video und überlege und rechne selbstständig. Insgesamt bleibt ein Viertel Kilogramm Essen übrig. Markiere dir auch hier die Lösung. Um die Aliens nun endgültig von der Erde zu verbanden, musst du noch ihren Code lösen. Du brauchst dafür die Lösungen der Aufgabe 1a, 2 und 3 aus dem Mastery Video. Die gemischten Zahlen musst du jetzt in unechte Brüche umwandeln, um aus den Bruchzahlen einen dreistelligen Code zu bilden. Spiele das Video danach weiter ab. Lies dir die Angabe durch. Stoppe dabei das Video. Wenn du den Code entziffert hast, spiele das Video weiter ab. Stoppe nun das Video und überprüfe hier deinen entschlüsselten Code. Hast du ihn richtig entschlüsselt, dann kommst du zum Feld mit dem Raumschiff. Ich kann es kaum glauben, du hast den Code richtig entschlüsselt und somit die Aliens wieder zurück ins Weltall geschickt. Du bist nun ein wahrer Meister der Verbindung der vier Grundrechnungsarten mit Brüchen. Ich gratuliere ganz herzlich. Du kannst stolz auf dich sein. Du kannst stolz auf dich sein.